In diesem Video geht es um Linux. Ich erkläre dir, was das bedeutet, wofür es verwendet wird und wie es funktioniert. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen. Linux ist ein Betriebssystem, genau wie Windows oder macOS, das auf deinem Computer läuft. Es wurde von Linus Torvalds, einem finnischen Informatiker, entwickelt. Der Name Linux kommt von Linus' Namen und dem Betriebssystem Unix, auf dem es basiert. Ein Betriebssystem ist die Software auf einem Computer, die es dem Nutzer ermöglicht, mit dem Computer zu interagieren. Es kontrolliert die Hardware des Computers und stellt Dienste für die Ausführung von Anwendungen zur Verfügung. Beispielsweise hilft es, wenn du im Internet surfen, einen Text schreiben oder ein Spiel spielen möchtest. Eine Besonderheit von Linux ist, dass es Open Source ist. Das bedeutet, dass der Quell-Code, also der eigentliche Programm-Code, öffentlich zugänglich ist. Jeder kann ihn anschauen, ändern und verbessern. Das hat eine große Gemeinschaft von freiwilligen Entwicklern hervorgebracht, die ständig daran arbeiten, Linux zu verbessern. Es gibt viele verschiedene Versionen von Linux, die als Distributionen bezeichnet werden. Jede Distribution hat ihre eigenen Besonderheiten, aber alle basieren auf dem Linux-Kern, der auch als Kernel bezeichnet wird. Einige bekannte Distributionen sind Ubuntu, Fedora und Debian. Linux wird in einer Vielzahl von Systemen eingesetzt. Es läuft auf Desktop-Computern, Laptops, Servern, Smartphones wie Android, Router, Spielekonsolen und mehr. Es ist auch das Betriebssystem, das auf den meisten Supercomputern der Welt läuft. Linux bietet viele Vorteile gegenüber anderen Betriebssystemen. Da es Open Source ist, ist es kostenlos und erlaubt mehr Anpassungsmöglichkeiten. Es ist auch sehr sicher und stabil, was bedeutet, dass es weniger anfällig für Viren ist und nicht so oft abstürzt wie andere Betriebssysteme. Die Nutzung von Linux kann am Anfang etwas einschüchternd sein, vor allem, wenn man an Windows oder Mac OS gewöhnt ist. Aber es gibt viele Ressourcen, die dir dabei helfen können, darunter Online-Tutorials, Foren und Bücher. Und denk dran, jeder hat mal klein angefangen. Untertitelung des ZDF, 2020